Unser 100-tägiges Survival-Event ist endlich fertig. Und jetzt ist die Frage, was sind denn die schönsten Gebäude, die von unseren zahlreichen Spielen errichtet wurden? Und wie immer dürft ihr das als Community entscheiden. Bevor wir die schönsten Häuser alle einzeln zeigen, wird erstmal grob ausgewählt, welche Häuser alles mitmachen können. Dazu nominiert ihr drei verschiedene Häuser. Einfach die Hausnummern reinschreiben und wenn wir alle Häuser abgearbeitet haben, werden in den nächsten Videos diese Häuser gegeneinander antreten. Danke fürs Bewerten!